Hallo und herzlich willkommen zur sechzehnten Folge Minecraft Survival Games, heute wieder mal mit dem ErdBV. Hallo. Hallo. Was spielen wir denn heute? Cranked. Auf welchem Server? Hive MC. Und hier geht es eigentlich, also bei diesem Spiel geht es darum zu überleben und andere zu töten. Ja. Genau. In 8 Sekunden geht es los, außer irgendwelche Leute disconnecten wieder, was wir nicht hoffen. Aber ich glaube es nicht. Nein, es geht los. 3 Sekunden, 2 Sekunden, los. Und hab ihn, hoffen. Oh nein, bleib stehen. Ja, in diesem Spiel gibt es zum Glück keinen Fallschaden. Nein. Ficktisch, ficktisch. Nein. Wer war das? Ja, der mit dem Bogen. Oh nee, oder? Doch. Sind die? Oh, Alter. Ja, ficktisch. Immer dieser Bogenschütze, weißt du? Ja, das ist halt nicht so eine gute Runde, würde ich sagen. Ja. Ich hätt's schon in den ersten Spiel wiedergehabt, aber nein. Wohin geh ich jetzt? Wo hocken diese Scheiß Bogies? Oh, ich sehe dich. Keiner? Wo? Oh nein. Alla, der laggt. Also, ich bin's nicht. Was? Der laggt. Oh nein, Bogies. 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 Oh nein. Kein. Kein Kill hab ich wenigstens schon. Gab keinen Kill. Was soll das? Dann kommt irgend so eine Scheiß-WC-Katze. Alter. Scheiß-Wixer. Du, das sag ich mal nicht. Alter. Ist mir egal. Gut. Ich bin zu schlecht. Oh, wenn ich jetzt zwei Kädels. Ich hab ihn gerade gehittet, aber es hat nicht gezählt. Was soll das? Hacker. Oh nein. Ich bin in einem Loch. Hier oben ist einer, der steht nur rum. Oh, ich hab ja wieder zwei Bonus-Herzen. Hey. Steh ab. Warum gehst du auf mich, du? Alter. Wieso hab ich den nicht bekommen? Gut, eine Kill. Ich hab zwei. Das ist keine gute Runde. Oh, ich hasse dich, Bogenschützer. Zwei Kills. Ja. Wo ist er? Dort. Ich hab ihn. Das kann knapp werden. Ja. Alter. Alter. Das ist jetzt aber einer der grössten Kacken. Ich hab's gewissen. Ja, dieser Bogenschütze ist ziemlich gut, aber... Nein, 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 nein. Ich bin besser. Das weiß der natürlich. Noch ein Schuss in der Atmisch. Gut, ich bin weg. Ich verpiss mich dann. Ihr Kids. Nein, eine Suizid-Katze. Suizid-Katze. Derzeitlich. In deinem Mikro. Ja. In deinem Mikro. Oh, oh. Machst du eine Leckerei? Eine Schlägerei. Ich hab einen. Nein. Gestorben. Nein, dieser Bogenschütze ist zu gut. Ich hab ihn vom Baum geschlagen und der hat mich noch runtergeschossen. Okay. Alter, wie kommt die in die Wand? Oh nein, 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 nein. Nein, du kennst mich nicht. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, es hab ich aber... Wie viel? Sechs, kids. Sechs, Alter. Ich hab drei. Das heißt, ich bin da auch so gut. Nein. Ja. 1 4 1 Scheiße nein du holst mir nicht mann kill oh so ein Arsch ein Mikkel ok aber er ist die größte Kacknuppe den ich je gesehen habe und jetzt könnte er auch noch davon wirklich ein das ist wirklich ein Mann ja 5 kills yes nein bogey und diese Bogen schützen hasse Bogen schützen oh nein du gehst sicher auf mich los nein ohne ich mir nein ich bin in einem Block hängen geblieben wie scheiße ist das denn nein durch einen Schuss gestorben wie peinlich ja ein Kill was einen Kill aber ich hab ne Katze ich hab ne Katze ich hab ne Katze ich hab ne Katze weg oh nein wo bin ich noch ein Kill lass mich in Ruhe nein aber ich hatte vier Kills in einem Leben also mit einem Leben ich hab schon sechs geschafft also nicht wirklich ein Maschleister warte die gehen alle auf mich so ach scheiss nein der hat gewonnen dann so schnell ja dachte ich mir jetzt auch gerade das ist ein Hacker ja ähm ich würde sagen wir hängen noch eine Runde an aber ich setze hier einen Katz bis nachher so es geht weiter hallo schon wieder ja genau schon wieder hallo jetzt sind wir genug Leute noch 30 Sekunden genau mal schauen ob es diesmal etwas wird aber ja eben wir sehen die Runde beginnt in fünf Sekunden und das reicht noch nein zwei jetzt aber wieder dieselbe Map das ist nicht so toll gut es ist immer dieselbe habe ich das Gefühl oh schon schon ein Metzl wert das ist die Klasse gemetzel gemetzel nein lässt mich das ist mein Kill ohhhh was hast du schon ein Kill? ja ich hab schon einen Kill nein weinahe zwei der ist im Wasser keine Chance keine Chance nein hier kommt man nicht raus oh wie kacke das ist aber dumm nee es geht es geht ich bin draußen warte warte oh den hab ich den hab ich ja wohl oh nein nicht der gut zwei Kills sogar schon drei oh ich hab auch drei oh geil ich hab eine Suizid Katze ja schon wieder einen ich hab eine Suizid Katze schon wieder einen vier Kills Alter fünf Kills in dieser Runde oh den hole ich mir der macht nichts oh der ja Alter der wollte mit meinen Kill absterben ich hab sechs Kills in diesem Leben ah oh oh Gott nein eine Katze ah aber ich hab auch eine Katze wo jetzt lag das bei mir gerade so ein bisschen es stockt so nee jetzt ist wir jetzt ist wieder flüssig nee oh diese Katze war zu schnell wie viele Kills hast du insgesamt? sechs warte ich habe fünf wenn ich Glück habe habe ich jetzt gleich sieben oh ich habe auch sechs nein nein kein Glück oh der hat mich schon aus ihr irgendwie zehn Blöcken Entfernung getroffen ähm ja Alter nein nein meine Maus ist an der Tastatur hängen geblieben nein jetzt hat er mir der steht nur rum mit seinem Kompass wie dumm ist der jetzt hab ich sieben Kills Alter der bringt mich noch rum ah scheiße oh nein ich hätte ihn gehabt wenn meine Maus nicht 8 Kills insgesamt 2 Live Kills ich suche hier noch potenzielle Opfer oh neun Kills und noch eine solle Ziehkratze aber was ist sie denn so wie sie gerade wenn du sie nicht einsetzt ja aber sie bringt mir auch keine Punkte darum setze ich sie nicht ein 4 Kills dieses Leben 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 die Taktik immer seinen Kollegen helfen und Team machen das finde ich scheiße in diesem Game und oh habe ihn gehabt für Kids auswärts ich hab 10 achte ich habe 8 und eine Suizid Katze ich hab 2 ich hab 2 aber fail fail großer fail ja schon ziemlich 4 auch auf einem Jahr nein nein ja schwimm nur weg nach ja das war gut in beiden Seiten du tötest mich noch nein nein ich hätte den bekommen Alter es heißt Bogenschützen was hat er dich bekommen nein aber ich habe einen anderen hat er mich bekommen und nein Alter geh weg hast du mich getötet kannst du sein nein 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 boah die Katzen sind scheiße und vor allem sie bringen ja gar keine Punkte nicht ich töte dich ich töte dich jetzt ich hab dich bekommen ah aber die Bogenschützen wie viele Kids hast du 10 11 11 ich hab 12 warte davon ist mein nächstes Opfer potenzielles Opfer nein rennt weg eben kann genug oh nein und Robben ja 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 dieser Kiel war sehr schwierig ein Schlag nein dann hast du ha der Tod kommt von oben alter ja aber er hat mich getötet Pech gehabt ich sehe hier mein potenzielles Opfer es ist nicht nee der hat schon wieder das war doch der schon letzte Runde oder Pff keine Ahnung ja ich auch nicht gut dann äh ich weiß jetzt nicht wie lange das diese Folge schon geht ich auch nicht aber ich würde sagen wir beenden hier für diese Folge ja ähm es würde mich freuen wenn es euch gefallen hat jetzt ihren Daumen hier lässt und wir hören uns beim nächsten Mal macht's gut tschüss macht's gut tschüss